Musik Ok, werden wir mal machen Wir müssen uns komplett nach oben Ich glaube jetzt habe ich alles Ja Dann habe ich den Zwies-Aster Was machen wir jetzt? Jetzt werde ich Na ja, gehts so schadenmäßig Ich sollte mich noch einmal halten mit Feuer vorbeugen Ok, dann geht's Sarah, dann geht's toll Ok Ich stelle wieder zurück in den Zwies-Aster Gut Das sieht noch alles gut aus Sehr schön Und die mehr vorbeugen Und die mehr vorbeugen Ah, unten habe ich verpassen Ok Ok Ah, irgendwie so Komm Ich finde das Vier jetzt schon tot Irgendwie steht's nur da nur rum Ok Ich glaube das soll's gewesen sein Wir machen übelst viel Schaden grad Vieh ist ja natürlich auch ordentlich geschwächt Ha! Das war's Was du vier Sterne Was du vier Sterne Boah Zeit Vorgabe war drei Minuten Ich habe nur eine gebraucht Vier Sterne Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich habe mich gebraucht die Cavalry nachher Vielleicht gehen solo war eine schlechte Idee Du wusste, dass du keine Chance von gewinnen Warum hast du sogar versucht? Fang und Vanille Ich wusste es Ich wusste es dumm Aber die Pillar ist getötet ein bisschen Ich kann es einfach und schauen nicht wenn diese zwei sind in gefährlich Du kannst nicht nur sitzen und warten für Hilfe, kannst du? Typisch Hey, ich mache das was ich mache, okay? Du bist der schlimmste von ihnen alle Ich liebe dein Kind Du denkst, dass du jeder ist Protektor, jeder ist Hero Aber wer bist du wirklich? Du wirst du st? Du wirst du die Leute du solltest protektor? Du wirst du einen Moment Du wirst du nach Sarah Und zurück in deinem Zeitpunkt du schädigst deine Stadt und deine Freunde bin ich falsch? Doch so besonders das das es weiß und es nicht das was wirst, jemand aber du I'm sorry I charged down on my own snow I guess what I'm saying is you keep looking after Sarah for me Snow what's happening time is up hey wait but we resolved the paradox Vielleicht ist das die Grund. Ein Zeitlinie wird sich verabschiedet. Dinge, die nicht in dieser Zeit in dieser Zeit sind... ...dissappearing. Snow ist eine Kontradition. Er kommt aus einem Vergangen, der noch nicht existiert. Nein! Stopp! Ich werde dich nicht weg. Entschuldigung, Sarah. Ich kann nicht mit dir hier sein. Nein, bitte nicht mich. Ich kann dich nicht mehr und mehr verlieren. Es wird okay. Die Heroin nie sterben. Wer war der Seabrand? Aber warum? Seabrand. Snow! Das... Das bedeutet, um Zeit zu verändern. Warum hat er die Seabrand? Wer hat Snow in der Seabrand? Warum? Er hätte nicht geholfen können. Vielleicht war es etwas, was er gefragt hat. Nicht in ein Millionen Jahre! Wer wäre es verrückt und schuldig genug, damit zu tun? Was, wenn du jemanden brauchst? Und du das nur mit dem Macht der Lassi? Jeder weiß, was passiert mit Lassi. Sie sind schuldig oder schuldig. Sie sind schuldig. Snow nur interessiert über die Leute, die er versucht zu schützen. Sie sind schuldig. Sie sind schuldig. Sie sind schuldig. Sie sind schuldig. Wenn es bedeutet, dass meine Freunde helfen, ich werde sicherlich ein Lassi. Das ist wie etwas, was er sagt. Und du... du... du ihn für das lieben hast? Ja, ich liebe ihn. Aber ich verstehe ihn. Das ist es. Was? Ich habe entschieden, dass Snow immer sich in Gefahr, um sich zu retten zu retten zu retten. Also? Ich werde ihn zu retten. Als ich ein Lassi wurde, er machte alles, was er konnte, um mir zu helfen. Jetzt ist es meine Aufgabe. Ich versuche, ich werde nicht stoppen, bis ich ihn wieder finde. Okay. Und ich werde sicher, dass du das machst. Er hat mich gefragt, nach dir. Ich weiß nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Als zwei Menschen verletzen und gehen mit ihren verschiedenen Weg, ihre Erinnerung ist auch. Einige Menschen wünschen, dass sie wieder nachher gehen können, und sich zusammen wie vorher. andere, ich freue mich auf den Tag, die sie wiedersehen können. Sarah, das Zukunft ist dein. Es folgen, nicht so weiter. Oh ja. Oh, da ist wieder was aufgetaucht. Kann ich sich am Mock hinschmeißen. Jep. Der macht das schon. Hol uns erstmal das Artefakt. Warum ist es da drüben? Mock hinschmeiß. Sieht ein bisschen anders aus. Schauen wir mal ob das drauf war. Nicht wirklich. Schauen wir mal ob wir Trisastarn richten können. Oh viel mehr. Das war's auch schon. Wow. Unglaublich. Klar. Und dann der Artefakt. Ab zum Portal. Hier runter. Das war das Portal was ich nicht benutzen konnte. Das fühl ich am Mock nicht gekämpft. Nein, Trisaster. Ich steck mich schon ein bisschen mehr weg. Okay. Ein bisschen. Bisschen. Ich sie legge ne Front. Wo ist sie nicht drin? An die Seite. Ich stehe nicht. Ich stehe nicht schnuppert. Ich stehe nicht. Das ist aber auch so klein quiemen. Jep. Wunderbar. Hier lang. Nichts zum Werfen? Okay. Dann noch durchs Portal. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Shall we? Let's. Jule und Caius. Jule, will you allow this? Es ist nicht für mich, zu entscheiden. Warum folgen die uns immer? Er ist der Bösewicht. Er will alles töten. Warum tötet er uns nicht einfach? Oh, wir sind wieder ganz woanders. Hier ist das Kolosseum. Haben wir gerade. Gesperrter Ort. Sonst wäre das Jenseits. Da gehen wir mal hin. Alles gestört. Schau, wo wir rauskommen. Ach, hier sind wir wieder. Da hat sich wahrscheinlich immer noch nichts geändert, oder? Another Detour. It's easy to get lost when you leap across time, Kupo. We can go back to the gate anytime. Let's take a breather. Oh, thanks. Genau. Wieder geht jetzt erstmal die Toilette benutzen, und dann fahren wir weiter. Sag, Sarah. Ja, wann hat sie denn das letzte Mal geschlafen? Aber ich habe viele Träume über was passiert am nächsten Tag. Okay. Warum fragst du dich? Ich war nur interessiert. Ich bin sehr interessiert. Hm. Okay. Mein Geist. Ich will wissen über Yule. Ich... Ich weiß nichts über die Yule, die du kennst hast. Was bedeutet das? Sie könnte ein Zeitraveller sein, oder? Wie du und ich und Snow? Ich glaube nicht. Sie ist wie eine Reinkarnation. Eine neue Yule, born über und über. Und jede Generation des Farseers, eine Frau mit dem gleichen Gesicht, mit dem gleichen Macht, mit dem gleichen Macht ist born. Die Frau ist immer kallend Yule. Also, du sagst, dass alle Jahre, die wir gehen, eine andere Yule warten? Eine Yule von Ereba, und eine Yule von Yasha's Massif? Aber sie sind alles anders. Und keine Yule sind die Yule, die ich wusste. Es dauert mich lange Zeit, tatsächlich zu glauben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das. Aber es ist okay, wenn es das ist. Es ist zu viel Schmerz in meinem Welt. Dein Zukunft. Es wäre besser, wenn es überhaupt nicht passiert. Kupo? Ja. Well, come on, los geht's. Wir haben ein Date mit Leichting, remember? Ja. Okay. Kupo? Schwier, 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 schwier. Das macht der Mock. Ja. Die Blockade ist weg, wo wir nicht drüber springen konnten. Ich finde das so leckerlich. Da haben wir was. Schauen wir uns doch ein bisschen hin. Los geht's, was verändert. Ja, die Blockade ist weg. Hier war doch noch was. Hier unten irgendwie. Ja. Da kann ich Mock aber hinwerfen. Muss ich jetzt nicht. Irgendwie hinkommen. Ich finde das genial. Er fliegt so lustig durch die Luft. Oh, ich glaube ich wäre da hingekommen, oder? Ah, ist doch egal. 800 Gehle. Great. Ja. Immer gut. Okay, dann werden wir mal das Ding untersuchen.